Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Video. Heute gibt es mal wieder ein Video an meinem normalen Setup, aber ich bin morgen schon wieder unterwegs. Ich fliege nach L.A., das heißt, da wird es dann nochmal irgendwie ein Hotel-Setup geben. Aber es ist so, dass heute auf jeden Fall ein cooles Event startet, zu dem ich zum Glück noch da bin. Und zwar startet heute Days of Summer in Black Ops 4. Gleichzeitig zu Days of Summer startet auch die zweite Hälfte von Spectre Rising. Das heißt, der Supply-Stream wird erweitert um 50 weitere Stufen. Ich denke mal, die alten 50 Stufen bleiben bestehen. Ich glaube wirklich, dass man noch weiterleveln kann hin zu dieser LMG. Da bin ich mir allerdings nicht zu 100% sicher. Das heißt, wenn ihr nur noch knapp davor seid, die LMG freizuschalten, dann macht das vielleicht heute noch. Vor 19 Uhr, falls ihr das hinbekommt. Nur als kleine Info. Aber ich glaube, es bleibt bestehen, weil das ja eben immer noch die gleiche Operation ist. Es ist ja immer noch Spectre Rising, nur eben der zweite Teil. Würde mich wundern, wenn das irgendwie resettet wird. Dann ist es so, dass auch in Blackout ein großes Update anscheinend geplant ist. Und zwar wird Raid verändert. Im Trailer, den ihr gerade im Hintergrund sehen könnt, gibt es da auch schon so ein bisschen was zu sehen. Es ist eben alles ein bisschen sommerlich verziert. Und wie es aussieht, gibt es auch ein paar neue Skins. Battery hat zum Beispiel einen Skin, den ich davor noch nicht gesehen habe. Und ich denke auch, andere Spezialisten bekommen einen neuen Skin. Was ich glaube, was man nicht mitnehmen kann, ist dann allerdings hier diese komische Gummiente. Das wäre vielleicht ein bisschen zu strange. Aber mal schauen. Man weiß ja nie, was sich Treyarch irgendwie für Blackout einfallen lässt. Dann ist es so, dass auch der Multiplayer irgendwie ganz coolen Stuff bekommt, wie es aussieht. Zum einen hat Treyarch auf Twitter ein Bild gepostet, was ziemlich cool war. Und das war ein Skateboard mit dem BO2-Logo. Das seht ihr gerade im Hintergrund. Man sieht auch hinten am Skateboard, wie eben diese Streifen so ein bisschen nach außen gehen. Das heißt, das sind wirklich diese Striche, die immer benutzt werden von Treyarch für ihre Logos. Und ja, Skateboards, Black Ops 2, Grind. Das heißt, das könnte ein Teaser sein für die Map Grind. Und es könnte sein, dass wir Grind aus Black Ops 2 wieder zurückbekommen. Das wäre mal eine geile Sache. Das würde zum einen bedeuten, wir bekommen wieder eine neue komplette Map kostenlos. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass das Ding dann kostenlos kommt. Hoffe ich auf jeden Fall. Ich glaube, sonst wäre die nicht so angeteasert worden, wie sie angeteasert wurde. Jetzt hier vor Days of Summer. Aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Aber so wie ich das verstehe, könnte das ein Teaser sein für die kostenlose Map, die wir bekommen. Und dann halt auch noch Grind. Auf jeden Fall eine der verrückteren DLC-Maps. Und das wäre schon eine coole Sache. Wenn wir die kostenlos bekommen, wäre das mal eine komplett neue kostenlose Map. Und eben nicht so ein Reskin mit Wettereffekten, wie wir das bis jetzt hatten. Wäre eine geile Sache. Ich hoffe, das stimmt. Dann ist es so, dass der Multiplayer noch ein bisschen mehr bekommt, wie es aussieht. Und das sind jetzt bestätigte Informationen. Es gibt Capture the Flag, beziehungsweise Capture the Flag kommt zu Black Ops 4. Bin ich mal sehr gespannt, wie sich die ganze Sache spielt. Und anscheinend sollen noch Fan-Favorite-Waffen kommen. Was da genau kommt? Keine Ahnung. Die Sniper wurde aber auf jeden Fall bestätigt, die wir schon vor Wochen gesehen haben in einem League. Die Sniper ist ja schon seit ewigen Zeiten im Spiel und man kann sie irgendwie noch nicht spielen. Die wird jetzt kommen. Treyarch hat das nochmal auf Twitter bestätigt. Und es ist so, dass eben noch Fan-Favoriten-Waffen kommen sollen. Vielleicht bekommen wir endlich die Black Ops-Waffen im Multiplayer. Die Galil, die MP40. Wäre ich dafür. Gerade die Galil ist einfach eine geile Waffe. Hätte ich Bock drauf. Und das sind dann wahrscheinlich Waffen, die im Supply-Stream zu finden sind. Das heißt, da muss man dann wieder einfach diese Stufen hochspielen. Zombies bekommt auch ein kleines Update. Es wird Perkaholic geben. Das kommt zurück. Außerdem einen neuen Gauntlet. Und ja, das sind die Infos, die wir bis jetzt haben. Gerade für den Multiplayer sieht es diesmal nicht so schlecht aus, wie das vielleicht bei den letzten großen Updates der Fall war. Neue Waffen. Anscheinend wirklich gleich mehrere. Irgendwie eine neue DLC-Map, die kostenlos kommen könnte. Hört sich auch gut an. Ich hoffe wirklich, dass das ein Teaser ist, der in die Richtung zeigt. Und dass es nicht bedeutet, dass Blackout wieder irgendein Update bekommt. Dass da vielleicht Grind dazu kommt. Das wäre irgendwie ein bisschen deformierend. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Ich denke, heute um 19 Uhr wird die ganze Sache online gehen. Beziehungsweise die Patches kommen ja in der letzten Zeit immer ein bisschen früher. Das könnte auch schon so um 18 Uhr passieren. Aber ich denke, Aspector Rising Teil 2 startet dann wirklich um 19 Uhr. Ob irgendwas anderes davor schon online ist, weiß ich natürlich nicht. Und wie immer, zuerst auf der Playstation 4. PC-Spieler, Xbox-Spieler müssen noch ein bisschen warten. Sieben Tage warten. Nervt immer noch. Und ja, ihr werdet mich das noch oft sagen hören. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, das muss ich einfach ansprechen. Das ist so der große Punkt, der mich im Moment stört. Dass ich, wenn ich den neuen Content spielen will, auf der Playstation 4 spielen muss. Fühlt sich immer noch unfair an. Leute, das war es mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr zu den ganzen Infos sagt. Hofft ihr, dass Grind kommt? Ist das eine Map, auf die ihr Bock habt? Würde mich auch interessieren. Ansonsten war es das mit dem Video. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.